Nubert, ehrlicher Lautsprecher. Ja, willkommen zurück. Es geht jetzt nun richtig tieffrequent weiter. Ich habe aus diesem Grund direkt aus der Entwicklung unseren Ingenieur Dennis Tschekisch an Bord. Hallo, grüß dich. Ja, hi Sven. Was hast du uns Schönes mitgebracht? Ja, ich habe unseren neuen Flachsackwoofer, den XW800 Slim, mitgebracht. Wie Sie hier sehen können, wunderbar schön schlank. Oder, wie ihr sehen könnt, hier unten sogar haben wir den versteckt schon die ganze Zeit. Ich habe es mir gerade gedacht, was liegt denn da oben? Ja, genau. Das heißt, also Flachsackwoofer nehme ich mal mit oder unsere Zuschauer auch natürlich mitnehmen. Ich kann den dann auch überall jetzt hier verstecken, unterm Sofa. Ich könnte ihn jetzt hinterm Sideboot, unterm Sessel auch verbauen. Genau. Ich stelle mir gerade vor, unter dem Bett, ich weiß nicht, was ihr für Ideen habt da draußen, aber unter dem Bett ist auf jeden Fall eine coole Massage nach einem langen Arbeitstag. Das heißt, das ist jetzt der XW800 Slim von der Bezeichnung, ist aktuell unser vierter Subwoofer. Was war denn die Idee, dass wir jetzt noch so eine, das ist ja schon ein spezieller Subwoofer, warum haben wir den entwickelt? Ja, also letztendlich haben die Kunden einfach öfters mal Platzprobleme, gerade wenn ein Kunde, sagen wir mal, einen Subwoofer nur unterm Sofa stellen kann. Dafür ist er nämlich hauptsächlich gedacht. Man kann ihn dann eben auch hinter das Sofa stellen. Das heißt, wir legen dann zu jedem Subwoofer auch ein paar Gummifüße mit. Die kann dann der Kunde auf die Seite kleben, die er möchte. Und dann kann er den eben aufrecht auch zum Beispiel hinter das Rack, neben das Rack, hinter das Sofa, überall hinstellen, wo er möchte. Und dementsprechend ist es so eine Art Überall-Subwoofer. Und genau der hat in unserem Programm gefehlt, weil wir haben jetzt drei Downfire-Subwoofer in drei Größen und in drei Leistungskategorien, sage ich mal. Und jetzt da hat eben nochmal ein kompakter Woofer gefehlt. Und den haben wir damit jetzt herausgebracht. Den hast du dabei. Einer steht hier. Einer unter dem Sofa. Jetzt frage ich mich natürlich, kompakt ist ja irgendwie immer dann auch mit Kompromissen behaftet. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Ich weiß nicht, ob wir den mal von der anderen Seite sehen können. Ja, also letztendlich hat er dieselbe Elektronik wie der XW700. Das heißt, er verfügt über 250 Watt Nennleistung. Dann haben wir eben noch unsere App-Steuerung mit integriert. Wir haben unseren Funkstandard, NuWord X-Connect, integriert. Dann haben wir noch eben auch noch die Raumeinmessfunktion, die X-Room Calibration auch noch mit drin. Das heißt, wir haben den vollen Funktionsumfang, wie bei unseren anderen Subwoofern, nur eben jetzt in einem kompakten Package. Das ist aber sehr cool. Das heißt, ich kann den drahtlos anfunken? Ja, genau. Das ist nämlich auch der Sinn und Zweck der Sache, dass wenn der Kunde den Subwoofer dann unterm Sofa hat, muss er kein Audiokabel quer durch den Raum ziehen. Super. Also ich brauche nur ein bisschen Strom, eine Steckdose irgendwo natürlich. Und dann kann ich das alles mit so einem, ich vermute mal, das ist das Funkmodul, was du wahrscheinlich kannst. Genau. Also letztendlich, du hast es schon angesprochen, also den Subwoofer kann man anfunken mit zum Beispiel unserem AmpX, unserem Vollverstärker oder auch einem NuPro X-Lautsprecher oder eben hier dem TRX-Modul. Das heißt, dann kann man den eben an den Subwoofer-Ausgang bei einem AV-Receiver anschließen und dann eben den Subwoofer ganz bequem drahtlos anfunken. Super. Und wirklich unsichtbar, das finde ich ist schon ein Riesenschritt nach vorne. Also ich habe nicht mehr so eine dicke Kiste, wenn ich das nicht sehen möchte. Das ist für mich echt ein Riesenfortschritt, weil ich bin ja auch jemand, der möchte das immer nicht sehen und bin da auch ein bisschen minimalistisch unterwegs. Aber das ist tatsächlich cool. Also wir haben von der Unterscheidung jetzt, wir haben die, ich sage mal, die klassischen Subwoofer-Modelle, XW700, XW900 fällt mir da zum Beispiel ein, mit der klassischen Bauform. Rein technisch, nehmen wir uns doch mal vielleicht auch einfach mit, was ist denn da der große Unterschied zum Slim? Ja gut, also jetzt der Slim-Subwoofer, der hat eben ein speziell entwickeltes Chassis, das dann flacher aufbaut als das Chassis. Also das ist dann auch ein 8-Zoll-Chassis wie beim XW700, aber das ist nochmal flacher, eben speziell hierfür entwickelt. Dann durch die flache Bauweise haben wir natürlich weniger Gehäusevolumen. Und dieses geringere Gehäusevolumen könnte man jetzt dann zum Beispiel durch mehr Verstärkerleistung kompensieren, dass man dann auch denselben Tiefgang erhalten könnte wie beim XW700. Darauf haben wir aber verzichtet, weil dadurch, dass wir den Subwoofer dann nicht so tief abgestimmt haben, kann der dann eben lauter aufspielen. Das heißt dann einen höheren Maximalpegel wie ein XW700. Und somit ist der einfach für, sagen wir mal, trotzdem noch mit den 35, 36 Hertz minus 3 dB unter Grenzfrequenz auf jeden Fall für die allermeisten Filme und Musikstücke auf jeden Fall sehr gut geeignet. Und der kann halt richtig power. Also das wird auf jeden Fall zu einigem Erstaunen führen, wie gut der losgehen kann, der Kleine. Also das ist wirklich ein dritter Schlag, wenn das unser Dennis sagt, da geht dann richtig was ab. Kannst du uns vielleicht von den Abmessungen, also der hat eine Bauhöhe von 14 Zentimeter. Also das ist natürlich wirklich flach für den Subwoofer nochmal wohlgemerkt. Wenn ihr Fragen habt, wirklich da nochmal der Aufruf, schreibt die in den Chat. Das geht direkt hier durch, wirklich live. Und ich kann hier direkt unseren Ingenieur fragen, was hier Sache ist. Also besser geht es gar nicht. Ich habe hier so viel Kompetenz da. Also nutzt das wirklich heute. Es ist wirklich eine super Situation. Ja, über Preise haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, 585 Euro. Das ist mal direkt außer Hüfte geschossen. Also denke ich mal, ist wirklich ein attraktives Angebot. Es gibt, habe ich mir noch notiert, aktuell sogar noch eine Garantieaktion bis 23.05. Ich weiß nicht, ob mir jetzt der Leiter E-Commerce später noch an auf den Deckel haut. Aber ich glaube, bis Monatsende gibt es noch diese Garantieverlängerung auf dem Subwoofer. Und die Frage ist jetzt noch wahrscheinlich, ab wann er verfügbar ist. Ja, ab Ende Mai. Ende Mai tatsächlich. Aber man kann ihn schon vorbestellen. Das heißt, kaufen, kaufen, kaufen. Okay, ja, also insofern, der hat wirklich viele, viele gute Argumente. Insofern, farbentechnisch gibt es ihn in Weiß. Und Schwarz. Und Schwarz. Das ist dann unten das Exemplar. Super. Ansonsten, wir haben auch alles weitere jetzt noch auf der Homepage da. Wenn noch später Fragen oder ihr es habt beim Essen jetzt irgendwo gebucht, dann könnt ihr später natürlich noch auf die Homepage gucken. Wir würden jetzt den Raum nochmal öffnen für Fragen. Ich würde jetzt nochmal kurz in die Regie geben und fragen, ob es denn hier für unseren neuen Slim Subwoofer Fragen gibt. Kannst du die nochmal wiederholen? Ich habe das nicht verstanden. Es gibt eine Frage von dem Carsten, ob man damit ein DBA einrichten kann. Ja, klar kann man das. Also der Subwoofer, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Also der hat auf jeden Fall hier zwei Schienen, anstatt der sonst verwendeten Füße, genau, hat er zwei Schienen. Und die haben Schlüssellochaufnahmen, an denen man eben den Subwoofer dann an die Wand auch hängen kann. Vorausgesetzt natürlich, die Wand ist stabil und man bekommt es klapperfrei hin. Aber auf jeden Fall, dafür haben wir auch dann die Vorkehrungen getroffen. Also das ist möglich. Wobei ich kann mich entsinnen, ich habe dann mal kurz durch die BD, also durch die BD, also durch die Bedürfungsanleitung geblättet. Also massive Wand ist schon die bessere Option meistens, weil eben bei der Trockenbauwand es oft so ist, dass sie dann auch eher zum Schwingen neigt. Insofern massive Wand und dann spricht da eigentlich auch nichts dagegen. Ja, ganz klar. Also kannst du da wirklich direkt loslegen und dich da austoben. Gibt es denn noch weitere Fragen? Okay, er ist noch am Suchen. Gibt anscheinend mehr Fragen für den Subwoofer? Ah, es will jemand wissen, dass du Samstagabend wachst. Habe ich noch nichts vor Ort. Na klar, dann Spaß. Die Frage gab es natürlich jetzt nicht, aber ich musste kurz die Wartezeit überbrücken, bis da unsere Regie da noch Fragen sondiert tatsächlich. Ist noch jemand dran? Ansonsten hören wir ein bisschen Musik, wenn sich da nichts tut. Hört mich jemand in der Regie? Hallo, hallo? Ich höre euch, ja. Okay, nicht schlimm. Also wir waren bei der Frage, ab... Kann man den Subwoofer auf den Rücken liegend betreiben? Also mit der Membran nach oben? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, dann wird er noch flacher. Das heißt, wenn ein Sofa ganz tief ist, oder zum Beispiel auch, also es gibt auch kastenförmig aufgebaute Sofas, und dann kann man den auf jeden Fall auch auf den Rücken legen und unter das Sofa stellen. Ganz klar. Ich bin jetzt schon gespannt, was ihr euch da draußen für Ideen alles aussieht. Schickt gerne mal die Fotos wirklich rein. Also da bin ich wirklich gespannt, was sich da tut mit dem, weil der hat wirklich, ja, überall Subwoofer beschreibt das eigentlich ganz gut. Gibt es denn noch weitere Fragen in der Regie? Danke. Also Regie hat jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Dennis, ich danke dir ganz herzlich. Wir blenden jetzt nochmal die Key Facts ein von unseren neuen 800er Slim. Wirklich also außergewöhnliches Teil, auch extrem pekelfest. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt noch eine halbe Stunde und Dennis wahrscheinlich noch länger wie ich. Na ja, klar. Also super Teil. Key Facts kommen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind da gleich mit dem nächsten Produkt dann zurück. Und ja, ich sage nochmal Danke und danke dir, Dennis. Danke, Sven. Bis gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank.